Bundestrainer vor Entscheidung D-Online.de Reporter Luis Reis schätzt im Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft die Chancen der möglichen Streichkandidaten ein. Wer darf endgültig mit nach Russland zur WM fahren? Quelle, D-Online.de Eine ganze Reihe junger Spieler will sich bei der WM in Russland in die Startelf der deutschen Nationalmannschaft spielen. Für wen wird der Traum nach jetzigem Stand in Erfüllung gehen? Julian Brandt, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Leroy Sehn, Jonathan Tarp, Dimo Werner, sie alle zählen zu den größten Fußballtalenten der Welt und kämpfen derzeit im Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft in Eppern, Südtirol, um einen Platz im endgültigen WM-Kader. Am Montag muss Bundestrainer Jogi Löw entscheiden, wen er wieder nach Hause schickt. D-Online.de Reporter Luis Reis schildert seine Eindrücke aus dem Trainingslager und sagt, wie groß die Einsatzchancen der Talente sind. Liebe Leserinnen und Leser, aktuell steht Ihnen leider keine Kommentarfunktion zur Verfügung. Wir freuen uns, Sie ab dem 11. Juni in unserer neuen Community begrüßen zu dürfen, die wir bis dahin schrittweise einführen werden. Wir wollen den Kontakt zu Ihnen vertiefen. Die Redaktion wird im Kommentarbereich aktiver sein, sodass Sie auch mit Redakteuren diskutieren können. Außerdem warten auf Sie viele Verbesserungen und neue Funktionen. Antworten auf Ihre Fragen und einen Überblick über die neuen Funktionen erhalten Sie hier. Leider ist es nicht möglich, alte Accounts und Kommentare zu übernehmen. Auch in der Zwischenzeit können Sie gerne auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team